Herzlich Willkommen zu einem fresh neuen Video hier auf meinem Kanal Felix Gamer und heute spiele ich mal wieder Roblox. Ich spiele eine Obby halt nur auf dem Fahrrad. Bevor wir spielen, ich habe ein Spin. Wie bei Baldi, bitte. Bitte. Oh, oh. Uh. Okay. Oh, oh, das sieht's geil aus. Äh, Bike. Ah, hier kann man... Ich nehme natürlich Team. Team Grün. Und ich... Ah, so kann ich leider... Okay. Und, los geht's. Ich muss eine Obby machen, nur auf dem Fahrrad. Ich kann springen. Und kann natürlich auch... Lenken. Oh, ich hab den nicht eingesammelt. Wieder nicht. Jetzt aber. Ja. Boah. Das ist... Das ist... Und der Weltrekord hab ich schon geguckt. Liegt so in der Nähe von... Sechs Minuten so... Oh, da zwölf. Ich hab's... Oh. Ha, was hab ich denn da gerade gemacht? Ah. So. Alter, das war... Ich versuche natürlich den Rekord zu brechen. Aber... Äh, ja. Wahrscheinlich... Werde ich das nicht schaffen. Das gibt... Man kann ja auch mit nem... Motorrad... Das machen. Boah, was hab ich denn da gerade gemacht? Äh, aber... Das nochmal extra was. Schade. Okay, ich warte, ich warte. Und, los. Ah, das war nicht gut. Aber wir haben schon 20% fast. Oh. Ich mach mal in die andere Richtung, würde ich sagen. Jetzt hier hin. Oh. Okay, das war gut. Das auch? Das auch? Na. Oh, schade. Egal. Oh. Oh, schade. Okay, zing ich hier. Das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ich glaub, wenn ihr das Video guckt, findet ihr... Wie... Also, findet ihr das mega einfach? Aber das ist wirklich schwierig. So, jetzt ganz schnell hier durch. Ah. Ach gut. Ah, nee, da... Da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel. Jetzt gibt Gas. Ja. Checkpoint. Oh. Oh. Ich wollte halt schon sagen, das wird schwierig. Aber ich könnte auch eigentlich zickzack machen. Ich meine, jetzt sowas hier. Ah, warte. Nein. Da, ich hab ne andere Idee. Ich glaub, so geht's schneller. Oh, oh, oh. Oh Gott. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Das geht so kleine Sprünge. Das ist... ...schund schwierig. Oh. 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 Ich wollte kurz und zagen. Okay, geschafft. Oah. Ach, schade. Pfuh. Das ist ganz schön schwierig, auch um das... das Fahrrad hier zu lenken. Das ist am schwierigsten. Ich meine, guck mal. Aber dafür kann man es gut in der Luft lenken. Also besonders gut. Okay, die hat es so gemacht. Mach ich auch mal. Na, Junge, das hilft. Oh, ich hab kein Checkpoint genommen. Oh, oh. Den muss ich jetzt nehmen. Ohne dir, gut. Oh. Jetzt. Hierüber und, bam. So. Alter. Hier zum Checkpoint. Hierüber. So. Oh Gott. Der hat mich gar nicht gekillt. Der hat mich nur mitgenommen. Ha. Geil. Oh, oh. Ja, stark. Geht's. Ach Gott. Ha. Spiel schon fünf Minuten dieses. Komische Spiel. Och, geht's. Ich, ich muss, glaube ich, den Weg hier nehmen. Obwohl, spielt eigentlich gar keine Rolle. Obwohl, doch, das ist besser, weil, dann kann ich den da machen. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich, ich tut. Warum bin ich jetzt gesprungen? Jetzt aber. Oh, ach, schade. Ich muss hier am Rand. ich hab gar nicht auf die andere stage geguckt war einfach nur so fasziniert von meinen sprühen kommt zu kippt was wird das als ich ganz gern nicht erst in ich dachte genau weiter runter es wird hoch danke wieder nicht den checkpoint genommen der wurde automatisch aktiviert okay hier ist wahrscheinlich falsch obwohl ich Peter ging es doch weiter eben für die im Kreis also muss ich hier lang ich hab nicht gedacht dass da löschen als ich wusste es nicht so einfach durchradeln jetzt hier ist es manchmal rot entlang ich hab die hälfte schon geschafft wo okay so checkpoint die schütteln doch ganz einfach keine ahnung was du hast felix okay die Wand hat mich gerettet okay die Wand hat mich gerettet so so okay was will ich das denn machen jetzt gibt Gas oh ja statt so wohin da ich glaube man kann auch man kann das Fahrrad mit seiner Kamera lenken jetzt so richtig ach warte kann ich das eigentlich auch machen ohne Maus ja das ist ja auch so eigentlich gedacht ohne Maus egal ich mach mit Maus kann ich immerhin besser gucken wo ich hinfahre so jetzt okay jetzt hier wieder so durch okay ah oh 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 es geht bis da nach hinten oh 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 okay ha oh 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 what's this what is this safe Okay. Steig. Und stark. Ich bin grad durch den Boden hingefallen. Ey. Hö. So, stark. Und stark. Ey, wegen dieser Kamera. Damit man bei der Kamera irgendwie, wenn man die Kamera bewegt, da auch hinfährt. So zum Beispiel. Oh, man fährt direkt weg. Oder was, ich zeige euch noch besser, damit ich keinen Verlust habe. Kann man auch anhalten, ja. Ich gucke jetzt da hin. Jetzt gucke ich da hin. Und jetzt drehe ich mich sogar da hin um. Und jetzt? Das gibt's doch nicht. Ey, ehrlich. hier könnte ich einfach drüber fahren. Hier sind immer kleine Sprünge. Einfach springen. Das bringt's. Uh. Ich spiele ab. Ich spiele... Spiele weg. Ey, warum mache ich auch extra so schnell? Das bringt mir doch gar nix. Der Wildrekord, äh, den kann ich schon mal abschminken. Dass ich den breche. Das will ich in 100 Jahren nicht schaffen. So wie ich hier gerade spiele. Hier ist ein Weg geradeaus durch. Okay. Speed one. Okay, das war bestimmt wirklich das schnellste in dieser, äh, in dem Level. Es gibt hier auch hoffentlich schon eine Welt 2, weil, ähm, weil ich weiß halt nicht, ob es eine Welt 1 nur gibt, oder ob es auch eine Welt 2 sozusagen gibt. Also so mit anderen Hindernissen, weil sonst kommt ja immer das gleiche Hindernisse, also die gleichen Hindernisse. Ich bin gleich schon bei den 90ern. Ich bin bei Level 87. 80. 88. 88. 80. Okay. Ich bin nicht bei den 90ern. Was geht's? 91. 92. Das Level 92. Perfekt. Oh, ich hab da Doppeljump gemacht. Wie hab ich das geschafft? 93. 93. Und Progress. 94. Jetzt kommt das 95. Das 95. Level. Jetzt ist 96. Level. Jetzt wasch ich durch. 98. Boom. Ich hab's geschafft. Oh, da bin ich. Ich tanze ab. Huhu. Okay. Es gibt eine Welt 2 halt wirklich. Und bald auch wahrscheinlich eine Welt 3. Okay, hier gibt's so ein Parcours, okay. Ganz komisch. Okay, dann geh ich mal in die Welt 2. Alter. Gruppe B nicht nicht. Ah, schade. Äh. Ja. Kann man hier vielleicht noch was machen? Also, ich würd sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und Abo da. Ähm, schaffen wir diese Woche noch die 400 Abonnenten, wir sind bei 393, so ungefähr. Oder 85, äh 85 meine ich. 385. Schaffen wir das noch? Also, ja, äh, hoffentlich ja. Äh, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und Abo da, hab ich schon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Falls ihr den zweiten Part wollt, der kommt wahrscheinlich morgen raus. Und ciao. Leute.